So, dann schauen wir mal in meinen Ordner rein. Was da so drin ist, weil ich ihn aufkriege. Hier ist ein paar bloßes Böder. Hier. Ich mach kurz zur Arsch. Schilder Harry Potter, was hab ich noch? Unfertiges Harry Potter-Bild. Snape. Random Skizze. Keine Ahnung, was das sein sollte. School Days. Ein Engel. Nochmal ein unfertiges Bild. Instagram Haus zur Schule. Oh Mann, keine Schule bitte. Ja, machen sich den Bescheid. Äh, ich hab nichts gesagt, okay? Gut, was hab ich da? Alice in Wonderland Skizzen. Noch mehr Zeichnungen. Ähm, Versetzungstext von dem japanischen Lied. Ein unfertiges Buch. Eine Magnet-Animation. Tja, es sind schon einige Bilder. Ah, ja. Harry Potter-Phase. Ah, das hab ich sogar übersetzt. Damit meine Mutter lesen kann. Aber ich fand's nicht lustig. Das fand ich bloß. Ja, ähm, später. Ähm, Death Note. Noch mehr Death Note. Noch mehr Death Note. Noch mehr Death Note. Noch mehr Death Note auf. Ähm, ja. McGonagall. Noch mehr McGonagall. Ein Bild. Das ist ein ganzer Blog. Ein Blog. Ah, endlich Ordner. Yeah. Was hab ich da? Snape. Und das war's noch für mein Kunstreferat. Ein Bild. Äh, eine Geschichte, die ich angefangen hab. Meine Skizzen für Elfen, die zwei. Sollte ich eigentlich immer weiter machen. Naja, egal. Äh, von Hidurashi. Manga. In Englisch, weil es in dem Deutsch ja nicht gibt. Animes. Noch mehr Animes. Noch mehr. Soll ich da? Strafarbeit. Strafarbeit, die ich nie abgegeben hab. Und jetzt war es auch nicht mehr abgegeben. Soll ich eine andere Lehrerin dann. Ähm. Ja. Das hab ich gesucht. Das brauch ich nachher noch. Dann. Eine Flagge von Südafrika. Wurde ich mal irgendwie für die Schüler. Weil dann. Äh. So ein Scheiß. Vertopiertes Bild. Noch mehr Bilder. Zelda Jupiter. Noch nicht ausgemalt. Toll. Dann wissen bestimmt noch die ein und anderen Selters. Und noch. Noch mehr Animes. Noch mehr Animes. Noch mehr Animes. Noch mehr Animes. Animes. Ui. Eröffnet die Bild. Hm. Animes. Higurashi no Nakokoro ni. Ähm. Tja. Ich hätte mir zuschreiben sollen, was es auf Deutsch heißt. Jetzt weiß ich's nicht mehr. Hm. Egal. Äh. Noch mehr Animes. Animes. Noch mehr Anime. Higurashi. Wikipedia-Artikel. Notizen. Für mein Referat. Für den Chor. Für Kunst. Habe ich ein einziges von hier. Habe ich über Anime gemacht. Äh. Satoko. Noch mehr Anime. Ja. Und das war's dann auch schon. Nimm als schnell durchgeht. Hä. Ort. Ehn. acho layi. Hemml. Alice. Ja. Alice ist eine Figur aus meiner Geschichte, die ich grad schreib. Ich hab aber keinen Fall damit die beende. Ich beende meine Geschichte so ein Knie. Von der hab ich nur eine Seite zum Beispiel. Hier mal genau durch. Hm. Ah recih. Hm. Da hab ich noch mehr. Von meinem Buch. Das waren die allererstesten Skizzen. Ja. Premiere. Da ist das Skizzen aus meinem Buch. Alice, Jodi und Katinka. Dann habe ich was mit diesen Markern ausprobiert. Das ist von Luz von Feige. Wollte ich mal malen. Habe ich nie gemacht. Noch mehr Marker. Mietse Katze. Skizzen von Manga von Wettbewerb. Ich habe verloren. Jetzt räume ich später wieder ein. Ah ja, noch mehr von den Skizzen da. Da sind wir noch drin. Was habe ich da? Snape. Bild. Ne, noch mehr Snape. Das habe ich abgemalt, das Bild da. Swinny Todd verarsche mit Rika. Muss ich auch mal zeichnen, das ist wie eine Skizze. So, auch was von dem Referat noch. Und ein Gedicht, das fand ich mal sehr lustig. Na, später. Gut, das haben wir hier gerade. Kann ich hier nicht Geld auch einnehmen. Dann würde ich es wieder finden und dann einordnen. Ein Briefchen. Von dem ist es. Hey, Startes-Wochen-Ener. Egal. Also, das ist eine Geschichte. LQ ist sogar ein bisschen mehr als eine Seite. Egal. Was habe ich da? Ein Warrior Cats, die ich jetzt nie aufgenommen habe. Ein paar. Das war Edge of the World. Text. Englische Text. Was habe ich da? Text aus Elfen Lied. Wollte ich mal einen Dupp machen. Habe ich nie gemacht. Noch mehr Lieder. Okay. Für die da habe ich eigentlich auch nicht. Meine Mutter hat recht, ich habe lauter Scheiß. Erster Text. Noch mal einen Brief. Aus der Schuze. Wie soll ich das anheben? Schaut eigentlich auf. Mein Elfen Lied 2 Projekt. Ayaka. Und da... Haruto. Ja, das wollte ich mal machen. Eine Freundin. Ist nie was drauf geworfen. Beziehungsweise so nicht mehr in einer Klasse. Also... Naja, egal. Unsichtig. Noch mehr Elfen Lied. Ah cool, ich habe ja schon mal angefangen damit. Guter. Ähm, ja. Das ist jetzt nicht so besonders schön. Irgendwie. Aber keine Ahnung. Ist mir halt mal so eingefallen in der Schule, wo wir wieder mal langweilig waren. In der Schule ist mir eigentlich immer langweilig. Das sind noch mehr Skizzen. Die habe ich noch nicht gemacht. Egal. So. Was haben wir denn da? Das müsste jetzt das ganze Higurashi Zeug sein. Das mag ich ja auch nicht raus. Das ist bloß der Manga von... Äh, ja. Von irgendeinem Kapitel. Ich glaube das war... Das mit Chiyon halt. Anime Bilder. Sollte ich alle irgendwann abmalen. Dann habe ich mir immer... Miete Menge Bilder ausgedruckt, damit ich sie abmalen kann. Ich habe nicht mal die Hälfte von dem Zeug gemalt. Falls einer zum Beispiel zufällig, welcher Anime das ist. Ich such den. Ich such den ewig. 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 Naja, egal. Anime. Ja, das noch mal wieder von dem. Bitte, bitte. Wenn einer den kennt, sagt er mir. Bitte, bitte. Ich will den jetzt endlich angucken. Weil ich nur wüsste wie der heißt. Egal. Anderes Thema. Live Action. Noch mehr Live Action. Meine Mutter ist ran bitte in meinem Zimmer rum. Das war so ein paar Wörter. Yeah. Umi Neko. Noch mehr Umi Neko. Noch mehr Umi Neko. Noch mehr Umi Neko. Noch mehr Animes, die ich gar nicht kenne. Anderes Blatt. Eln Wigman. Skizze. Verschnittenes Blattes. Ausgeschnittenes Blatter. Skizze. Skizze. Nix. Blaustellen. Nicht ausgemalt. Unbeendetes Bild. Wann habe ich alles für den Kunststoff? Noch mehr Katzen? Nö. In Kunst, ähm, in Quar hatten wir die Wahl entweder einen Drachen mit jede Menge Muster oder einen fantasievollen Hut malen. Ich habe den fantasievollen Hut gemacht und da war mir langweilig, wo ich mit dem fertig war und habe den Drachen angefangen. Ja, egal. Ähm. Da habe ich noch mein Alice Bild. Yeah. Egal. Da sieht man ja was Brems, da veräten die Bilder und nochmal was anderes drinnen. Ja, hui. Das hat auch noch was gemacht. Ja, jetzt auch nichts mehr. Ich denke mal kurz die Kamera an. Ja. 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 Ja, ja. Aber belefon. Ja. Da ist Teil. Ja. Das ist Teil. Vielen Dank.